Wir arbeiten im sogenannten 24-Stunden-Schichtdienst, das heißt der Kollege beginnt morgens um 7.30 Uhr seine Arbeit, hat dann 24 Stunden Dienst bis zum nächsten Tag um 7.30 Uhr, hat dann 24 Stunden frei, hat dann nochmal Dienst frei Dienst und nach dem dritten Diensttag hat er dann anschließend vier Tage frei. Nach 60 Sekunden fährt das erste Fahrzeug, nach der Alarmierung verlässt es die Waffe. Das Waffe. Untertitelung des ZDF, 2020